Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Hello, holla, hallo Freunde. Wir sind's wieder von NBA-Prognosen mit Christian Custodian und Radek Vegas. Ja, die Saison neigt sich dem Ende. Ein Blick drüben auf die Tabelle zeigt, es sind schon 81 Spiele teilweise absolviert. Also insgesamt sind es 82, da muss man kein Genie sein, um festzustellen, viele Spiele sind nicht mehr vor den Playoffs. Ganz genau, nur noch heute und morgen erwarten uns ein paar Duelle. Dafür hat das eine oder andere Spiel wirklich in sich. Und ich glaube, das absolute Highlight, das haben wir morgen zwischen den Minnesota Timberwolves gegen die Denver Nuggets, wo der Gewinner in die Playoffs reißt sozusagen und der Verlierer die Saison abschließen darf. Die sind punktgleich und ja, das ist ja wirklich dann Spitz auf Knopf, extrem bitter, Wahnsinn. Und ansonsten, was erwartet uns noch irgendwie um Positionskripplenkel? Geht da noch was bei den Wizards vielleicht oder Miami? Ja, also ich muss jetzt auch gestehen, ich habe jetzt nicht komplett die Head-to-Head-Duelle im Kopf. Also wer beim Punkte-Gleichstand oder Siegesgleichstand vor dem anderen wäre. Allerdings wären das schon Sensationen, wenn sich da was tun würde. Weil so zum Beispiel spielen die 76ers gegen die Atlanta Hawks heute. Und die werden, glaube ich, das dann doch nicht verlieren. Also ich glaube nicht, dass sich da großartig noch was tut. Ich glaube, dass hier die Plätze schon relativ safe sind von 1 bis 5. Und Milwaukee wird da auch auf der 6 bleiben. Und Miami und Washington auch auf 7 und 8. Also ich glaube, da tut sich nichts mehr. Okay, und ja gut, im Westen waren ja die Clippers auch noch eine Zeit lang in Schlagdistanz. Haben aber zuletzt dann abreißen lassen, oder? Zu viele Spiele verloren, aber ich glaube, das ist keine Überraschung. Denn das Team hat wirklich viele, viele Wochen über dem Limit performt. Und das war eher die Überraschung, dass die so lange um die Playoffs mithalten haben können. Also ich glaube, das ist jetzt relativ fair, dass die neuen Teams, die da gerade vorne stehen, das auch unter sich ausmachen. Und mich freut es ganz besonders, dass die San Antonio Spurs es in die Playoffs wieder geschafft haben. Seit 1997 durchgehend. Das ist ja auch bekannt eigentlich als die bestgeführteste Franchise der Welt. Egal in welcher Sportart. Also die Spurs, die sind schon legendär. Ja, und ansonsten wird sich zeigen, was sich noch tut. Also Utah, New Orleans, Portland, Oklahoma, also auch die Spurs. Aber die spielen, glaube ich, nochmal gegen irgendein Gurkenteam. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja, Pelicans. Ja. Geht sogar noch um den Platz hier. Die können sogar noch um den Platz. Genau, also wir haben auch noch die Duelle, Portland gegen Utah und New Orleans gegen San Antonio. Wie geil ist das denn? Und bevor wir jetzt die heutigen Spiele anschauen, die es nicht ganz so in sich haben. Ganz verrückte Sache. Wie gesagt, morgen spielen Nuggets gegen Timberwolves um alles. Und es gibt ja auch immer ein National Televised Game in den USA. Das hat immer besondere Aufmerksamkeit verdient, weil es quasi über die komplette USA ausgestrahlt wird. Und es sind die 76ers gegen die Milwaukee Bucks. Also das ist schon verrückt. Da freut man sich doch über den NBA League Pass oder wenn man halt in der Region wohnt. Vielleicht machen sie es gerade deswegen. Ja, die müssen das ja schon vorher sich überlegen. Und die würden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn dann wirklich jetzt dann nach morgen Nacht alle Spiele feststehen und alle Playoff-Teilnehmer, werden wir die große Playoff-Prognose hier machen. Und da werden wir quasi unseren Weg durchtippen bis ins Finale, bis zum letztendlichen NBA-Sieger. Und ja, das wird ganz großartig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja gut, aber erst mal ein Schritt nach dem anderen. Heute Nacht geht es los mit den Pacers gegen die Hornets. Pacers gegen die Hornets, Indiana. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Allerdings, du bist das Überraschungsteam der Saison und wirst Fünfter, spielst genial. Hast den Most Improved Player in deinen Reihen mit Olodipo. Und dann darfst du in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers sehr, sehr wahrscheinlich spielen. Also das ist schon unfair. Aber jetzt schauen wir uns erst mal das heutige Spiel gegen die Charlotte Hornets an. Die Hornets, wie so oft enttäuschen, haben von den Einzelspielern eigentlich gar nicht so das schlechte Team. Aber das Wort Team sagt es, das ist wohl nicht so ein gutes Teamgefüge. Heute letztes Spiel für Charlotte und das werden sie, glaube ich, gewinnen. Kurz bevor wir jetzt gerade angefangen haben, kam auch die Nachricht daraus bei den Pacers. Olodipo wird geschont, Bogdanovic wird geschont und Thaddeus Young. Und das bedeutet eigentlich freie Bahn für Dwight Howard, Kemba Walker und so weiter. Mit dem Zusatz, dass die hoffentlich nicht geschont werden. Also ich glaube, wenn man dieses Spiel tippen möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Hornets mit einem Plus-Spread zu gehen. Okay, das ist doch interessant. Dann haben wir die Hawks gegen die 76ers. Das landesweite Spiel. Oder? War es nicht morgen erst? Morgen ist das landesweite Spiel, was die Bucks betrifft. Ich glaube, das war gegen die 76ers, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nö, die Bucks spielen morgen nicht. Ja, das steht da noch nicht drauf. Achso, das ist ja quasi vielleicht noch nicht hier drin. Genau, aber halb so wild. Wir sehen Hawks gegen die 76ers. Hier Ben Simmons, der gegen Donovan Mitchell, den Rookie of the Year. wahrscheinlich ausmachen wird. Heute krankheitsbedingt sehr wahrscheinlich nicht dabei. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Hawks gewinnen werden. 76ers mit dem längsten Winning-Streak. Und es spricht sehr, sehr viel dafür, dass der auch heute gegen Atlanta weitergehen wird. Aus Wettssicht ist das Spiel höchstens deshalb interessant, wenn man sagt, man geht auf die Hawks mit einem Plus-Acht, Plus-Neun, Plus-Zehn. Allerdings ein Sieg mit Spread auf die 76ers ist nicht zu empfehlen. Denn ohne Simmons und ohne Embiid fehlen einfach die besten zwei. Und da weiß man auch nicht, ob die so performen, wie man sich das vielleicht wünscht. Naja, andererseits, wenn man jetzt hier sieht, machen diese zwei Spieler hier diese elf Plätze aus. Ja. Ja, aber man muss sich nur die Statistik anschauen. Wenn Embiid nicht dabei ist, jetzt mal den Beiseite gelegt. Das hatten wir schon lange, als wir hier mit den Videos angefangen haben. Da waren die 76ers auf Platz 10 oder 11 oder sowas. Und mittlerweile reden wir hier von einem Team, was im Head-to-Head-Duell vor kurzem die Cleveland Cavaliers besiegt hat. Und sich dadurch sehr, sehr wahrscheinlich den dritten Platz gesichert hat. Also, die werden aufgrund der Euphorie-Welle und dadurch, dass Atlanta sehr wahrscheinlich kein Interesse hat zu gewinnen, weil sie es einfach auch nicht verbocken wollen. Schau dir mal an, die wollen jetzt nicht noch mit 25 Siegen hier den Orlando Magic davon eilen, weil vielleicht gewinnt ja Orlando noch sein letztes Spiel, wer weiß das schon so genau. Also, 76ers, der Gewinn ist safe, aber nicht mit einem hohen Spread, weil dafür ist es zu gefährlich. Ja. Ja. Damit man, du meinst jetzt hoher Spread, dass das eine ausgeglichene Sache wäre, so minus 9, 10 oder so. Aber ich meine, wenn Philadelphia vielleicht minus 4 gibt, dann kommst du auf eine 1,4er-Quote oder so. Sorry, das müssten sie doch drin haben. Das müssten sie drin haben, aber tatsächlich, ich habe jetzt auch noch nicht alles getippt, aber ich denke, dass ich hier tatsächlich Hawks plus 10 mache oder so. Das habe ich schon geschaut bei LS-Bet oder bei 1x-Bet gibt es immer noch so eine 1,8,5 und das finde ich gar nicht verkehrt. Okay. Das kann ich gleich mal festhalten hier eigentlich. Beim ersten Spiel haben wir gehabt, Pencers, denkst du ohne Oladipo und die ganzen Schonungen? Wird das ein Ding für Charlotte? Gibt man ihnen noch ein bisschen einen Puffer von plus 3, 4 oder brauchen sie den gar nicht? Plus 5, 6, also ich würde hier auch nicht auf die Hornets an sich gehen, sondern wirklich einfach eine Absicherung für eine typische Kombi. Also das habe ich mir zumindest notiert. Und hier, ja, Sieg ist safe, aber nicht zu hoch. Eher hier vielleicht mit einem plus 10. Das ist mein Ding, ja. Da hast du immer noch eine super Quote übrigens. Ja, bei einer 5,0, ja. Du Wettfreund da draußen, wenn du jetzt ganz sicher gehen möchtest, dann mach doch plus 15 oder so und dann plus 16, dann hast du immer noch eine 1,4. Also das ist nicht so unwahrscheinlich, wie man denkt. Die Wizards mit ihrem vorletzten Spiel, die haben ja auch erst 80 Spiele und die, ja, gegen die Celtics, die relativ in Stein gemeißelt hier Zweite im Osten sind. Für die geht es dann dementsprechend um 0, während die Wizards halt schon noch eigentlich hier vielleicht mit dem einen Auge noch auf Miami schielen. Deshalb denke ich auch, sind diese Quoten so gewählt. Das ist ein No-Bet-Spiel, zumindest wenn man auf Celtics gehen möchte, also aus meiner Sicht natürlich immer gesprochen. Du sagst es, warum sollten die Celtics jetzt hier Vollgas geben und auf der anderen Seite, warum sollten die Wizards sich schonen? Also das Verhältnis ist eher pro Washington und die müssten das schon gewinnen. Jo. Ja. Was spricht da denn für die Celtics? Ich meine, klar, die sind da wellen Zweiter. Die Celtics, die haben einige oder sehr viele Spiele sogar in den letzten Wochen gewonnen, wo du eigentlich gedacht hast, jetzt werden sie wirklich abgeschossen. Und nie ist es passiert. Von daher kann man vielleicht auch spekulieren. Jetzt haben sie, wie du hier siehst, im letzten Mal sogar gegen Atlanta verloren. Also es spricht nicht wirklich viel, dass sie jetzt gewinnen werden, aber ich traue mich auch. Du weißt ja, die Wizards sind unser Hausteam. Ja genau, weg mit denen, weg, weg. Dann die Mavericks gegen die Suns. Da hast du ja heute schon was Interessantes dazu gepostet. Hab natürlich auch schon gewettet auf die Suns. Warum sollte man hier vielleicht auf die Suns wetten, wenn man ein bisschen Geld übrig hat? Also, man muss jetzt kurz wissen, dass bei den Suns ungefähr jeder Spieler, der, also gefühlt ist auf dem Injury Report, jeder Spieler der Suns questionable, also fraglich, ob der überhaupt aufläuft. Jetzt haben wir hier ein Duell gegen die Dallas Mavericks, die natürlich das viel bessere Team sind und auch noch ein Heimspiel haben. Aber wenn ihr euch mal die Tabelle da anschaut, jetzt müssen wir mal schauen mit Spiegel verkehrt und dass man meine Hand zieht, egal. Wenn man sich die Tabelle anschaut, Dallas 24 Siege und damit sind sie im Vergleich schlechter oder gleichgestellt mit den Ostteams Orlando und Atlanta. Und es geht hier ganz klar um den Draft. Und wenn Dallas jetzt dieses Spiel gewinnen würde, dann sind sie auf einmal nicht mehr auf Position 28, sondern auf Position 26. Und ausgerechnet Mark Cuban, der eine 600.000 Dollar Strafe gezahlt hat, dafür, dass er nach dem All-Star-Break oder während des All-Star-Breaks gesagt hat, dass sie tanken werden, also absichtlich verlieren, um einen hohen Draftpick zu bekommen. Ausgerechnet, die sollen jetzt das letzte Spiel gewinnen, um sich dann die komplette Saison zu versauen. Und dann sind die Dallas-Muvericks mit Abstand das dümmste Team der Saison. Auf der anderen Seite wiederum, Phoenix, wenn die gewinnen, tut sich nichts. Das ist deren letztes Spiel. Das bedeutet, gewinnen die, dann haben sie nochmal hier eine positive Erfahrung, können in Dallas feiern gehen. NBA-Spieler gehen ja ganz gerne dann ins Strip-Club, keine Ahnung, ob es in Dallas gute gibt. Aber die haben auf jeden Fall was dann zu tun. Und Dallas kann sich nur lächerlich machen, wenn sie das verlieren. Von daher, glaube ich, sehen wir tatsächlich, wenn Phoenix die ganzen Leute schont, ganz schön viel Text hier für so ein schlechtes Spiel, das katastrophalste Spiel aller Zeiten, in dem die Dallas-Muvericks eine der kränksten Rotationen im zweiten oder dritten, vierten Viertel auflaufen lassen wird. Ja, geniale Analyse, also Chapeau. Muss ich auch sagen, überzeugt mich natürlich. Hoffen wir, dass die Mavericks dementsprechend viel rotieren. Dann wird die Wette auf die Suns erfolgreich sein. Ansonsten, wenn man das mal jetzt alles außen vor lässt, ja, klar, dann ist Dallas natürlich Favorit, wenn du sagst, die sind alle auf dem Injury-Report. Aber gut, da muss man wirklich die psychologische Karte spielen im letzten Spiel. Da brauchen wir jetzt nicht drüber, über Stärkenverhältnisse mehr diskutieren. Denn dann wäre vielleicht Dallas auch nicht hier auf Platz 28, sondern vielleicht auch hier irgendwo im Bereich von Washington und den Clippers anzusiedeln, oder? Wo hättest du die Vordersaison gesehen, wenn alles optimal gelaufen wäre? Also, bin natürlich ein Fanboy der Dallas-Muvericks und wenn alles glatt gelaufen wäre, dann wäre das Position 7 oder 8 geworden. Man muss dazu auch sagen, dass die komplette Saison Seth Curry, der Bruder von Steph Curry, verletzt ausgefallen ist. Geniale Kreativität in der Namensfindung von deren Eltern. Ja. Seth und Steph. Also, das heißt, da ging von vornherein alles schief. Ich hätte mir gekauft, dass die um die hinteren Plätze mitspielen, definitiv. Aber ich sage mal, wie du sagst, so um die Positionen 20 oder 19 hätten sie sich angestrengt, wäre das easy machbar gewesen. Gut. Chess gegen Warriors. Nochmal vielleicht eine Überraschung der Chess, die ja auch eine der Überraschungen überhaupt in der Saison bisher waren. Zumindest da, wo sie jetzt gerade stehen. Ja, und jetzt kommt, was total cool ist, was ich gestern gelesen habe. Und zwar, Rudy Gobert, der Center-Spieler der Utah Jazz, Franzose, der selber sagt, er ist der beste Defensivspieler des Planeten, hat am 5. Januar oder so, kurz bevor er wieder zurückgekommen ist, getwittert, We will be fine. Also, wir werden okay dann sein am Ende der Saison. Und damals waren sie Position ganz hinten fast, also irgendwo 11, 12 im Westen. Und jetzt sind die Jungs einfach mal Vierter im Westen. Und sie haben ein Endspiel gegen die Portland Trailblazers morgen. Ich glaube, das heutige Ergebnis spielt dafür keine Rolle, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Warriors werden weiterhin nicht Gas geben, also die werden sich weiter schonen. Dafür schonen sie sich schon echt zu lange. Das bedeutet einen Sieg sehr, sehr wahrscheinlich für Utah. Allerdings glaube ich, dass denen das egal ist, weil es erst am morgigen Tag auf den direkten Vergleich zwischen Portland und Utah ankommt. Wer gewinnt? Also von den Quoten her auch eher unattraktiv dieses Spiel, wegen zu vielen Fragwürdigkeiten, oder? Ja, zu viele Fragezeichen und eher Warriors-Plus-Spread, aber Steve Kerr wird im letzten Spiel sicher nicht auf Sieg gehen. Also eher Hände weg. Viel interessanter finde ich da hingegen das Spiel der Lakers gegen die Houston Rockets. Weil hier hat zumindest ein Team eine Motivation, nochmal das letzte Spiel zu gewinnen, weil Heimspiel. Das sind absolut die Lakers, die spielen gegen den Meister der regulären Saison, die Houston Rockets, haben ein Spiel bisher gewonnen. Das zweite Spiel in der Overtime verloren und ein Spiel verloren. Und von daher ist das hier auch wieder ein Tipp, den ich ganz gerne oder ziemlich sicher spiele. Lakers mit einem positiven Spread von 8 Punkten. Da habe ich ein gutes Gefühl. Und da habe ich sogar noch eine Quote von 1,92. Und hier ist eins wichtig, noch gibt es keine Informationen, ob Houston seine Spieler schont, seine Top-Spieler im letzten Spiel. Aber falls das passiert, und davon gehe ich ein bisschen aus, dann wird die Quote drastisch fallen. Also lieber vielleicht mit einem halb riskanten Einsatz einfach mal auf die Lakers mit einem Plus-Spread gehen. Weil selbst wenn die Spieler nicht schonen bei Houston, sind die Lakers an einem guten Tag zu einigem imstande. Hat man ja schon gesehen in dieser Saison. Als sie zum Beispiel die Cavaliers heimgeschickt haben. Zum Beispiel. Oder auch als das Trikot von Kobe Bryant an die Hallendecke gehangen wurde, haben sie auch die Golden State Warriors. Ich weiß nicht mehr, ob sie geschlagen wurden, aber zumindest in die Verlängerung gezwungen. Ja, ja. Und daran kann ich mich sogar noch gut erinnern, weil ich damals auf dem Weg nach Stuttgart gewesen bin. Ziemlich in der Früh. Und das dann über Bluetooth-Handy angehört habe. Und danach mein Datenvolumen aufgebraucht worden ist. Das war auf jeden Fall cool. Ich glaube, die Lakers zwei, dreimal mit einer Chance auf den Buzzerbeater am Ende oder auch in der Verlängerung. Und die Lakers haben dann dank einer überragenden Vorstellung von Kevin Durant doch noch verloren. Also wenn man jetzt sagt, Lakers plus wie viel? Sechs, passt das? Oder sagst du? Also ich habe jetzt schon die Werte abgeschlossen. Plus acht gibt eine Quote von 1,92. Das ist ja Wahnsinn. Okay, hört sich interessant an. Dann fassen wir nochmal zusammen. Wo ist heute dein Schniedelab-Tipp, dein bester Tipp, den du den Leuten da draußen mitgeben willst? Ich meine, du hast lange schon ein Plädoyer für die Sands gehalten. Ich denke, da kann man durchaus was reißen. Und auch bei den Lakers sieht es durchaus interessant aus, oder? Ja, also ich glaube, man muss sowas immer aufpassen, was man sagt, weil sonst wäre ich schon denkst, eunuch oder sowas. Aber ich gehe tatsächlich auf Sands. Und Lakers fühle ich mich von diesen Spielen am wohlsten, tatsächlich. Okay, und wenn man jetzt noch vielleicht die außen vor lässt, weil es ja doch schon mit sehr viel Psychologie und Hintergrundwissen zu tun hat. Wenn man jetzt nur sagt, so rein, was sind sonst vielleicht noch so Wetten für mich, für die Double-Bet? Ich meine, gestern habe ich mir ja selber mit Toronto und Oklahoma die Favoriten rausgepickt. Relativ unspektakulär, das kann man schon auch mal machen. Gerade wenn es zum Ende der Saison für die Favoriten ernst wird. Aber ja, hier sieht es halt schwierig aus, weil es für die meisten einfach um nichts mehr geht. Also da hätte ich vielleicht auch wieder zwei Möglichkeiten für eine schöne Verdopplerwette. Sands plus 8 kombiniert mit Hornets plus 6 oder Lakers plus 12. Ja, ich meine, ich traue halt den Houston Rockets nicht. Ich weiß, dieser Bart steht ja nicht für ungefähr für den MVP der Saison. Und von daher würde ich jetzt nicht oder nie gegen die Rockets wetten. Von daher würde ich lieber hier die Hornets mit dem Plus-Spread nehmen und dann mit den Suns habe ich ein gutes Gefühl. Denn auch wenn die Mavericks in Top-Form sind, ja, also wären sie ja wirklich das dümmste Team, wenn sie das hochgewinnen würden. Und sind sie auch das dümmste Team, wenn sie es überhaupt gewinnen. Ja, oder wir holen uns unser Geld zurück, indem die Wizards endlich mal uns helfen. Außer wenn sie uns wieder versauen, dann wissen wir nächste Saison, Hände weg von der Hauptstadt bis Donald Trump vielleicht nicht mehr im Weißen Haus ist. Oh, meinst du, der spielt auch eine Rolle dabei. Oh, Boston Celtics, ja, ich weiß nicht, ich mag die Celtics eigentlich ganz gerne. Gerne nicht. Grün, grüner Fluss, grünes Bier, Iren, die nach Bieren gieren. Also ich weiß nicht, da tue ich mir auch schwer gegen die Celtics zu setzen. Also ich denke, mit den Charlottes und den Suns kann ich gut leben. Hey, das waren jetzt 6 Spiele. Ich hoffe, das waren interessante Informationen für den einen oder anderen. Ganz schön viel geredet, dafür, dass es so wenig Spiele sind. Aber es sind nur noch zwei Nächte, dann Playoffs und dann ist die Saison schon wieder vorbei. Ja, aber gerade jetzt wird es ja erst richtig heiß. Von daher freuen wir uns dann auf unsere nächste Ausgabe. Ich weiß nicht, ob wir morgen es schaffen, die restlichen Spiele noch unter die Lupe zu nehmen. Also von mir aus schon. Am Start. Und dann sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, Leute. Der Chefkoch. Warum ihr uns auf Facebook und YouTube folgen solltet. Wir verlangen keine Mitgliedsgebühr für irgendwelche Gruppen. Wir sind transparent und dauerhaft kostenlos. Außerdem machen wir viele coole Videos. Wir wollen nichts an deinem Verlust verdienen, nur eine einmalige Provision als Trinkgeld von den Wettanbietern abstauben. Wenn du also irgendwann mit dem Gedanken spielst, dich bei einem neuen Wettanbieter anzumelden, um einen Bonus zu crashen oder uns einfach einen Gefallen tun willst, melde dich über den Link bei EXPECT an. Eine Alternative dazu ist TenBet mit attraktiven Bundesliga-Quoten und interessanten Promotion-Aktionen wie einer wöchentlichen Live-Gratis-Wette. Bei AliceBet hast du keine Wettgebühr und somit mehr Gewinn bei noch dazu sehr guten Quoten. Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe.